Eventil, auch Ethyl-Mercaptan genannt, ist eine chemische Verbindung. Es ist nicht zu verwechseln mit Mercaptoethanol. Eigenschaften Eventil ist eine außerordentlich überriechende Flüssigkeit mit einem Schmelzpunkt von minus 148 Grad Celsius und einem Siedepunkt von 35 Grad Celsius. Eventil ist löslich in organischen Lösungsmitteln, jedoch praktisch unlöslich in Wasser. Der Stoff ist in hohem Maße wassergefährdend. Wie alle Thiole ist Ethentil eine schwache Säure, Vorkommen und Herstellung. Ethentil kann in Erdöl und Steinkohlen-Teer gefunden werden, aus dem es durch Überleitung über Platin in Gegenwart von Wasserstoff entfernt wird. Synthetisch wird Ethentil in der Phytiole typischen Weise gewonnen. Verwendung Ethentil findet Verwendung als Sodorierungsmittel, indem es zum Beispiel Flüssiggas zugesetzt wird. Um Leckagen nachzuweisen, geringste Ethentil-Konzentrationen sind geruchlich wahrnehmbar. Die Wahrnehmungsschwelle liegt für den Menschen bei etwa 1 Milligramm T. Weiterhin dient Ethentil als Zwischenprodukt für die organische Synthese. books-Teer